Hallo, wir von der Mammut Music haben die Ereignisse in Simbach mitbekommen und finden, dass den Leuten geholfen werden muss. Da wir in der Musikbranche tätig sind und Musik verbinden soll, soll Musik natürlich auch helfen. Und dazu haben wir einen Benefits-Sampler erstellt mit verschiedenen Künstlern. Was ist denn dieser Sampler-Tour? Wir haben uns in den letzten zwei Wochen mit den beiden Labels iReverbrations Records aus Wien und Urban Tree Media aus Berlin zusammengesetzt und haben acht Künstler aufgetrieben, die jeweils einen Song zur Verfügung stellen, den wir jetzt auf dieser Benefits-CD Mammut Musik die hilft veröffentlichen durften. Und die kompletten Erlöse von der CD gehen auch wirklich zu 100% nach Simbach. Wir werden selber auch schauen, dass die den Betroffenen zugute kommt. Und ihr als Spender habt noch das Schöne, dass ihr durch die CD noch einen kleinen Gegenwert als Dankeschön für eure Spende bekommt. Ja, jetzt ist natürlich noch die Frage, wer mit drauf auf der CD ist. Mit dabei sind's Trace und Chris Furtner von Mammut Music, die Mundwehr Crew und Simon Grohe von Urban Tree Media. Dann haben wir noch zwei Künstler aus dem Mammut Contest aufgetrieben, Basement 24 und No Man's Land. Und von iReverbrations Records wird Chacoustics geschickt und die beiden Label-Gründer selber iRee Party. Den Sampler gibt's auf allen bekannten Online-Stores zu kaufen und natürlich auch bei uns im Mammut Music Shop. Genau, die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir haben, es sind noch ein paar mehr Künstler aufgesprungen. Dazu wird's dann auch in naher Zukunft noch eine Deluxe Edition geben. Aber dazu berichten wir euch dann noch. Genau. Viel Spaß beim Helfen. Mammut. Musik, die hilft. Bis bald. Musik, die Musik, die Musik, die